Anatoly, Crazy Cleaner, Old Man, Nerd Coach, ok. Ich bin gespannt, was das für ein Video ist. Let's go, Freunde! Na, start! Du trainierst zusammen, ja? Vielleicht kann ich mit dir trainieren? Oho! Hast du sicher, dass du das machst? Oh, Legs, ja! Ah, aha! Ich zeige dir den Effekt! Man muss jetzt nicht beurteilen, dass er sich vorhanden ist. Wo ist er denn da? Ich zeige dir das. Ich zeige dir das. Ich zeige dir das. Ich trainier nur. Hallo Leute, mein Name ist Hova. Ich bin Powerlifter und Pranker aus der Ukraine. Ah, ok. Powerlifter und Pranker aus der Ukraine ist das. Der Anatoly. Was hat er? Ich bin Powerlifter und Pranker aus der Ukraine. Ich helfe big Russian... Ok. Der hat stramme Klickzahlen, Digga. 470.000. 330.000. 720.000. Ok, bei dem Kollegen läuft extrem. Und sein, ja, big Russian language channel... Und sein Traum ist, einen Englischsprachinkanal zu haben wahrscheinlich. I'm playing this channel, but my dream to have subscribers from all of the world. That's why it's my new international channel. And today I will pretend to be a cleaner in the gym. And after I lift extremely heavy weights. Enjoy and let's go! I'm sorry. I'm sorry. Can I clean here? It's no problem. Can I clean? Let's go. Let's go. Can I clean here? Bro. It's no problem. Yes. It's four legs? It's very beautiful exercise. Is that the Beanyas Gym? Or the B1 Gym in Dubai? Well, it's very beautiful. Yes. It is a deadlift. Very good technique. Very good technique. Very good technique. Very good technique. Oh, gut. Es ist für die Beine? Das ist für ein Mutant? Ja, ja, das ist für die Beine. Du hast eine gute Beine. Du hast eine gute Beine. Nein, das ist nicht. Das ist für die Beine? Ja, ja. Du hast große Beine. Das ist mein Traum. Mein Traum ist große Beine. Mein Traum ist große Beine. Ey, der Typ sah irre aus, Alter. Der große da. Der hat miesen Oberkörper, aber Beine passen, glaube ich, nicht zum Oberkörper. Aber der Oberkörper sieht brutal aus, Diggi. Oh, was eine fiese Optik, Diggi. Kann ich mit dir nur ein Set machen? Ja, ja, ja. Ich bin cleaner, aber ich brauche ein Warm-up. Kann ich mit dir tun? Du kannst es versuchen. Ja? Ja, ja. Ein Set. Die beiden sind aber sehr sympathisch. Es ist für mich sehr groß. Ich brauche das. Es ist kleiner. Es ist kleiner. Es ist für mich groß. Ja. Okay. Wenigstens sieht man sein Mikrofon nicht. Das ist schon mal gut. Ja? Ja! Und meine Schulter war das labrum im Arsch. Du trainierst zusammen, ja? Ja. Vielleicht kann ich mit dir trainieren? Ja. Kann ich mit dir trainieren? Ja. Kann ich mit dir trainieren? Ja. Kann ich mit dir? Kann ich mit dir? Ich brauche mehr Zeit. Tanke in Happy Ghetto. Ja. Kann ich mit dir tun? Ja. Kann ich nicht verletzen? Ja. Kann ich nicht verletzen? Ich bin stark danach aus, dass der Paul sich sein Content hier reingezogen hat. Ja? Und versucht hat den nachzumachen, aber es irgendwie nicht funktioniert hat. Die beiden sind sehr nett hier. Die verstehen auch seine Sprache anscheinend. Es ist mein Favorit. Barbel. Boah, der Kollege da hat ihn richtig... Wenn Blicke töten könnten, ne? Guckt euch das mal an. Es ist mein... Guck mal jetzt auf den Kollegen rechts. Wenn Blicke töten könnten. Der ist so abgefuckt, dass der den stört beim... Favorit. Barbel. Komm, Anatoly. Ist das gut? Mit einer Hand? Das ist krass. Das ist gut. Ja. Seit 40 Jahren fährt das Fahrrad mit seinen Sandalen. Der sieht aber auch wild aus, ne? Hat auch ne gute Optik hier, der Lockenkopf. Das ist mein Antiseptik. Das ist Mr. Muskel. Das ist verrückt. Du musst das verkaufen. Das ist ein Magik. Vielen Dank. Direkt hat er beide geklärt. Ich weiß schon, was ich nächste Woche mache. Ich verkleide mich als Putzmann. Ich verkleide mich als Handwerker oder Putzmann. Gehe in den Ladies Bereich. Und werde da von morgens bis abends einfach irgendwie mit dem Hammer durch die Gegend rumlaufen. Natürlich nicht mit dem Hammer in der Hose, sondern einfach in der Hand. Und werde da so tun, als ob ich irgendwelche Nägel in die Wände haue. Ich habe schon richtige Ideen. Vielleicht braucht ihr ein Reinigung. Vielleicht brauchen wir mit deinem Haus. Rein deinem Haus. Rein deinem Haus, dicker. Ja, du kannst deinem Haus clean. Ja? Ja. Guck mal, die haben ihn schon nach Hause eingeladen. Sehr gut. Mein Name ist Anatoly. Das ist wirklich Bullshit. Ich zeige dir den Effekt. Was macht der denn da, Junge? Das ist irgendwie ein bisschen komisch. Oh, nur einen Sekunden. Junge, der Blick. Oh. 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 It's my first time. First time? Yes. Very strong. Yes. I'm working in cleaning company. Easy. Six years. I'm the best cleaner. Let's clean it. My name is Anatoly. Nice to meet you. I am training only apps. I'm training. Maybe. I sweat. Hat der guten Body oder was? Show view. I train. Oh. Der sieht gut aus, der Anatoly, digga. Was hat denn der für den Bauchmuskel, digga? Only. Also, die Dame denkt sich im Kopf auf jeden Fall smash gleich bei mir zu Hause, wenn du putzen kommst. Only apps. Thank you. We do tam dalche, tada. What's in it? It's antiseptic and Mr. Musco. Mr. Muscle, digga. Mr. Muscle. Mr. Muscle. Can I just put this thing in this water? Yes, with little steroids effect. Thank you. Very good. Have a good day. This, my steroids. Thank you. Nice to meet you. Thank you. Natürlich. Boah, die ist aber wild drauf gewesen hier, Alter. Sehr gut, aber du machst Fehler. Warum? Okay, der war aggressiv, der war nicht gut drauf. Entschuldigung, dieses Überschuss kommt zurück, ja? Ja. Ja. Ich denke, du bist der Mann, der da ist. Wer bist du? Entschuldigung? Wer bist du? Ich bin Klinger, Alter. Wer ist Klinger? Ich bin Klinger hier in der Zwischen Gym. Nein, nein. Da kommen tatsächlich die echten Klinger, Alter. Und wollen denen dieses Platzes verweisen. Ich bin Klinger hier seit 5 Jahren, Alter. Gut, gut. Entschuldigung, du hast Fehler gemacht. Sehr guter Überschuss. Was ist das? Das sind 4 Legs. Ja, Legs, Back, cardio. Du machst Fehler in der oberen Position. Der will sich seine Tipps gar nicht... Junge, was hat der für eine Hose an, Digga? Da gefällt mir schon das Outfit vom Anatolibest. Ja, ich sehe, du bist ein sehr großer Typ, aber... mich auch. Ey, geil, der will sich gar nichts von dem hören. Voll der Unsinnpack. Du willst ja einen dicken Obermann machen. Du willst ja einen dicken Obermann machen. Du bist Klinger, oder? Ja, ja. Ja, ja. Ja, ich sehe, aber... Ich bin der beste Klinger in der Welt. Mein Name ist Anatoli. Ich bin Klinger in der Gym. Sehr gut. Ich weiß, ich bin ein kleiner Typ. Aber ich bin smart. Aber ich bin stark, Bro. Ja. Ich habe keinen großen Bicep. Ich bin... Ja, ich bin... Komm mal, der kommt dahin. Ganz nett und höflich. Und der erfüllt wirklich das gesamte komplette Klischee von so einem zugestopften Bodybuilder, der nichts in der Birne hat. Aber ich mag den Trainingsprozess. Ja. Ja. Sehr gut für dich. Ja, Bro. Fitness ist Leben. Es ist sehr gut. Ja, es ist sehr gut. Ja. Ja. Ich mag das Klingeln. Ich leue Klingeln. Barbell. Bro, das ist mein Leben. Ja. Das ist mein Leben. Du denkst, du kannst das machen? Ja. Das ist mein Traum. Guck mal. Die zum Beispiel ist richtig sympathisch, die Dame. Ja. Ja. Ich bin sicher. Die gibt ihm direkt hier. Mach. Probier. Kein Problem. Lacht mit ihm. Ja. Ah. Okay. Hält seinen Besen. Ich glaube, die alte... Ich glaube, die Dame... die findet den auch richtig super, den Anatom. Vielleicht kann ich dir zeigen, Bro. Ja. Ja. Schau mir,カ ну ч.star 100 Kilo, eine 2 20 Kilo, ne. 2 20 Kilo und eine 1 Stile, ne. Vielleicht kann ich... Nein... eine 15 Kilo und eine 20 Kilo. Ok. Also es handelt sich nichtmals um 100 Kilo. Ich bin so gespannt, was der gleich da machen wird bei dem unsympathisch, ob der danach immer so unsympathisch ist. Wie kann ich mit dir machen? Sorry. Kein Problem. Kein Problem. Man muss nicht wegnehmen. Vielleicht habe ich einfach mit dem Schraub. Vielleicht kann ich dir eine Pläne machen. Ich will nicht mehr, dass ich mit dem Schraub mache. Ja? Ja? Ja. Oh, Bro. Es ist ein kleiner Wettbewerb. Vielleicht ist es ein kleiner Wettbewerb für mich. Okay, bitte. Ich brauche mehr Wettbewerb. Ich brauche mehr Wettbewerb. Ich brauche mich. Ich brauche mehr Wettbewerb. Ich brauche mich, aber nachdem ich arbeiten möchte, in diesem Wettbewerb. Ich wüsste mich, ich abonniere den Typ. Der gefällt mir. Der ist lustig. Ich werde hier abonniere mich. Endlich mein Gym Prank Video, was nicht cringe ist, sondern was man sich gerne anschaut. Ja? Ich brauche viermalen. Ja? Ja? Vielleicht werde ich dir zeigen. Kann ich dir zeigen? Ja? Ja? Das ist super, dann? Hallo, Frau. Ja? Hallo? 50 Minuten? Okay, bro. Und die Blut wird einen da gefüllten. er hat gesagt das gewicht ist zu 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 klein für ihn der braucht mehr gewicht zu wenig okay 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 thank you thank you guys is good yes so davai anatoly davai oh oh yes oh oh das war der power dude Das ist der Typ, ne? Und squeeze back, Bro. Squeeze back. Squeeze back! Okay, er hat ihm Props gegeben. Das ist schon mal korrekt. Am Ende. Ja, ja. Die beste Technik im Deadlift, im klassischen Position. Yes, Bro. Come on. I'm next. I'm sorry. Thank you for attention, Bro. Thank you, no problem. Thank you. Okay, das fand ich korrekt. Er hat eingesehen, dass er ein Schwachmat ist, hat ihm am Ende noch Props gegeben und die Hand geschüttet. Das ist doch mal gut. Bro, thank you for attention. So are you a cleaner? Yes, I'm cleaner, but I'm Lao Jiu. I like this. I like this bullshit. See you, Bro. See you. Thank you, I need... Yes. And I clean here. Oh. Okay clean, okay? Oh. Let's go, Bro. Let's go. Yeah. You are in a very good shape, I'd like to say. Thanks. Alrighty, bye. I'll be there. Near the toilets, if you need me. Okay, shit. Hey, you probably have some titles. Do it. Good. Do you have any titles? Like what? In championships. Like what? Okay, friends. Do it. Do it. Do it. Do it.